Guten Tag, das ist Herbert. Herbert ist Gastwirt und er hat Probleme. Das sind die Dinge, die Herbert schwer im Magen legen. Nicht bezahlte Rechnungen, keine Zeit für seine Familie und zu wenig Gäste. Herbert hat Angst um die Zukunft seiner Familie, weil sein Restaurant zu wenig Gewinn macht. Herbert hat schon vieles versucht. Er hat mit seinen Lieferanten verhandelt, mit seinem Steuerberater gesprochen und seinem Banker gefragt. Er hat über Aktionen und neue Rezepte nachgedacht. Er hat sogar schon eine Werbeagentur beauftragt. Das hat alles nichts gebracht. Aber er hat noch eine Idee. Er spricht mit seinem Kumpel Bruno, dieser rät ihm sein Restaurant zu renovieren. Das Problem ist, Herbert hat kein Geld. Kein Geld für den Umbau, für Berater und kein Geld für die Familie. Herbert weiß nicht mehr weiter. Dann erzählt ein Stammgast ihm von www.glückliche-gäste.de Wir werden Herbert helfen. Er hast du viel für die Familie. Und dann lüge sich da für deine Familie. Und dann lass uns die pharmaceutical-küste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020